hallo zusammen montagabend 21 uhr hockey late night ich bin zu gast ich freue mich drauf bei holger kuhlmann und uwe malz und wenn ihr irgendwelche fragen habt könnt ihr gerne schreiben oder auch kommentieren und ja dann kann ich euch vielleicht das ein oder andere beantworten was euch auf dem herzen liegt wir sehen uns und nicht vergessen einzuschalten bis dann